Vor einer Woche passierte etwas Schreckliches im Redwood Park. Die Leichen von vier Personen wurden gefunden. Eine Frau mittleren Alters und drei geile Studentinnen, welche von einer unbekannten Kreatur verstummelt worden sind. Der Vorfall wurde als Unfall abgestempelt. Aber es wurden Beweise gesammelt, welche darauf hinweisen, dass es komplett anders passiert ist. Es ist Zeit, dass eine neue Ermittlung stattfindet. Kies und Greis, zwei Vollidioten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, rechter Polizeiarbeit, übernehmen den Fall. Und jagen Bigfoot. In einem alten James Wheel sind sie in den Wald gefahren. In einem alten James. In einem alten James Pony-Schnute-Wheel. James, die Pony-Schnute. In einem alten Pony-Schnuten-Modell. Alter, du hast aber auch ein bisschen Pony-Schnute. Ich hab einen richtig dicken Pony-Busch im Gesicht. Alter, wie gut sieht das aus, ey? Ein komplett neues Bigfoot-Game. Guck mal hier, ey, Zigarren, China-Food-Packungen und Pornos. Ja, gut, ich hab hier ein bisschen rumgewildert. Ja, ich hab chinesisches Essen, Pornos und Zigarren hier rumgelegen. Hey, er hat sich aber einen Männerabend gemacht. Ich hatte hier einen wilden Männerabend, du. Wo sieht man denn sein Inventory? Auf TAP oder auf? Kuh. Auf Kuh. Auf Kuh. Auch eine Karte, ein Ruckensäckchen. Alter, Bigfoot-Back. Und wir sind dran. Lager. Empty. Alter. Hier ein Tablet. Oh, guck mal hier, Signalpistole. Nimm ich mit. Oh, hier Pilze. Magic Mushrooms. Magic Schwumsen. Schwumsen. Was haben wir denn hier? Infektionszahlen, Inzidenzwert hier im Park. Alter. Muss man natürlich alles analysieren. Krass. Nimmst du das Gewehr oder die Pistole? Alter, was hier rumliegt. Guck mal. Hier im Gewehr dann. Hier ist ein Gewehr im Schrank und Pistole. Warte mal, dann nehme ich die kleine Munition hier, die 9 Millimeter. Dann nehme ich die dicken Dinger hier. Die Knarre und Medipack nehme ich auch noch mit. Guck mal, hier sind Beweise. Hier zwei Kameras. Habe ich mal mitgenommen. Ich habe nur einen Behälter mit Code gefunden. Dann kannst du noch eine mitnehmen. Nachrichtsicht Kamera. Jeder kann drei Cams dabei haben. Was ist das hier? Ach, hier kann ich die Cams kontrollieren. Control the Cams. Sind das die geilen Personen, die vermisst werden? Das sind die geilen. Aber guck mal, John Coleman ist doch kein Teenager. Der Ledrige. Der ist doch locker 60. John Coleman. Ja, aber er hat in der Teenager-Baseball-Mannschaft mitgespielt. Ja, mit 2,7 Meter, einem fetten Bart und vierten Steroide. Guck mal, hier kannst du ja noch die Schränke aufmachen. Also sind auch empty. Oh, hier ist ein bisschen Fleisch drin. Ein bisschen Fleisch wäre geil. Warum ist Munition im Gefrierfach? Aber das ist Munition fürs Gewehr, ne? Oh, was ist das denn hier? Drohnenbatterie. Guck mal hier, der gute Wein. Gute Noir. Oh, der gute Plano, Noir. Oh, le Murel. Arles-vous Noir? Arles-vous Noir? Liegt ein Tablet draußen. Was ist das hier? Ah, das ist auch nichts. Hast du das Tablet mitgenommen? Nee. Hast du schon einen Bärenfall? Bärenfalle, hier ist nämlich auch eine Bärenfalle, du. Ich habe eine Falle habe ich dabei, nehme ich die auch nochmal mit. Haben wir auf M eine Karte? Jo, da haben wir eine Karte. Was ist das hier? Lager, hier kannst du Sachen lagern. Ja, du kannst Sachen lagern. Komm, hier ist auch noch im Zelt bestimmt irgendwas. Ich bin dafür, wir gehen erstmal Richtung, da ganz oben rechts, oder? Alter, der Space-Mix. Damit kann man Aliens anlocken. Mit dem Astro-Mix. Der Astro-Mix. Boah, das sieht aber richtig schick aus. Sieht richtig gut aus. Du, da hat sich einiges getan. Guck mal, sollen wir erstmal so die Richtung gehen? Hier nach rechts oben in die Map? Hier gibt es noch eine Signalfackel. Sag mal, gibt es hier Wölfe? Ich habe irgendwie einen Wolf gehört, ey. Ich habe eben gerade einen Wolf gehört. Also werden wir jetzt wieder jede Menge Kot naschen. Kotinasch. Kotinasch, oh. Das ist, kommen wir hier überhaupt drüber? Boah, ja, da drüben. Guck mal, da ist so ein Baumstamm. Oh ja, hier. Haben wir Ausdauer? Da können wir durchsprinten. Alter, was ist das denn? Was war das? Was? Was ist das? Anscheinend ist das Ding hohl. Nee, hier fällt einer ein Baum irgendwo oder so. Keine Ahnung, was das ist. Oh, hier ist, Achtung, Bären. Oh, Moment. Ist das hier ein Haufen? Das ist ein Haufen. Ist das? Oh. Oh, der riecht aber sehr stärkehaltig. Ist Kartoffel drin? Da ist ein Kartoffelrest und, mach mal, das ist Heidelbeere. Nee, zeig mal, zeig mal die Zahnlücke. Zeig mal. Guck mal hier. Nee, das ist Blaubeere. Blau. Blau. Du siehst aus wie eine Kasperlefigur, wenn man so nah an dich rangeht. Als hättest du irgendwie so Holzpuppen Augen. Du siehst aus, als hättest du irgendwie, ja, du bist auch so. Keine Mimik. Holzgesicht, ey. Holzgesicht. Du hast kein Leben in deinen Augen. Was ist das hier? Der Wanderweg. Der Wanderweg. Ja, wandern wir doch mal. Aber Wanderweg oder Wanderweg? Soll ich mal einen Bigfoot-Schrei mal machen, irgendwie? Ja, mach doch mal einen. Bicke, tue, tue, tue. Guck mal, er hat reagiert. Hast du gehört? In der Ferne hat einer. Boah. Da hat jemand sich übergeben, wahrscheinlich. Ich folge mal hier diesen Fußbalken. Bawai, bawai, bawai. Ich hab nichts gehört. Hab ich eigentlich, wo ist meine, ich hab eine Signalpistole. Boah, was ist das? Was ist das? Alter. Der Baum. Die Natur will uns umbringen. Die Natur will uns töten. Äh, lad mal deine Waffen durch, so unterwegs. Ist schon durchgeladen, ist schon durchgeladen. Ah, okay. Hä? Ich hab doch die Glock mitgenommen, oder nicht? Wo ist die Glock? Oh, Q1. Hast du sie? Ne, die ist irgendwie im Inventar gelandet. Alter, es wird schon dunkel, ne? Ne, G17. Aber, okay, dann nehm ich halt so, nehm ich halt die Signalpistole. Alter, was hast du denn im Inventar alles drin? Ich hab ja auch noch ne Drohnenbatterie. Und nen Snack. Die Nacht. John Adams. Firewatch Tower. Sollen wir zum Firewatch Tower hochgehen? Sag mal, haben wir Taschenlampen, du? Weiß ich nicht. F? Ja. Oh, guck mal hier. Alles klar. Oh, wow, wow. Das Leben der Zivilisation. Oh, wow, wow. Was hat hier geraschelt, Alter? Alter, was war das? Oh. Sind das Blutspuren an der Wand? An dem Baum, mein ich? Ist das Blut? Das ist Blut. Blut am Baum. Scheiße, man, komm hier schnell hoch. Oder ist das roter Fahnen? Komm in die Hütte. Mach mal, hier drüben kann man rein. Das ist Munition. Ich kann dich auf dem Scheißhaus nicht retten. Ich hab ne Signalpistole. Was war das? Was war das? War da was? Ich glaub, der hat sich da irgendwas gerissen. War da was? Ich geh hier rein. Krass. Sollten wir uns hier nicht mit Ranger Dan treffen? Ich weiß nicht. Komm rein, komm rein. Was machst du für eine Munition? Tür zu. Mach die Vorhänge zu. Mach die Vorhänge zu. Echt jetzt? Die muss man zumachen? Hier, mach die zu, ja. Sonst sieht er uns. Sie erholt uns hier drin? So oben rechts an der Ecke von den Vorhängen kannst du sie zumachen. Okay. Machst du hier das auch noch. Warte. So. Hier ist auch noch einer. Ich hab mir jetzt noch ein Gewehr. Geh mal die Gewehrmunition oder willst du auch Gewehr? Ich weiß nicht. Alter, eine Nachtsichtskamera und ein Megaphone. Alter, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Und ein Safe. Guck mal, hier ist ein Safe. Wir brauchen aber ein Code. Was ist ein Code-Safe? Safe-Code? Hier ist so ein Brötchen. Oh, G17 ist durchgeladen. Oh oh. Ich hör was, ich hör was. Oh oh. Alter. Er hat den... Wow. Oh mein Gott. Oh Gott. Hat der hier rein? Er hat ein Straßenschild. Er hat... Oh oh. Geist, hast du irgendeine Idee? Alter, ich hab ihm in die Fresse geschossen. Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Er hatte doch... Oh mein Gott. Vorverdachten, Schild oder so. Oh, oh, oh. Ich schieße in sein Gesicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Was macht er mit mir? Ich glaube, er hat mich. Ah, er verprügelt mich. Ich liege am Boden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen hier raus. Nimm dir die Knarre. Nimm dir alles. Was geht? Nein. Warum hast du es schon wieder an? Wir müssen hier raus. Wo ist er denn? Hast du eine Situation sehen, wenn ich vorbereitet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache das Licht aus. Leck mich doch am Arsch. Blöde. Ich gehe ins Klo. Ich gehe ins Klo. Ey, ey, ey. Geh nicht alleine rein, Mann. Mach doch zu. Ich muss eine Heilung nehmen. Oh, jetzt ist ganz dringend schnell eine Heilung. Okay, eine Kapanossi. Ich höre draußen was. Hörst du auch was? Weißt du was? Ich höre doch Fußstapfen oder so. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Oh Mann, deine Augen machen mir echt Angst. Du bist doch jeder Holzmich. Der hat sich geheilt. Hat der sich geheilt? Der hat sich geheilt. Okay, der hat hier gerade draußen was gerissen bestimmt. Oder er hat Pilze gegessen. Heilpilz. Oh. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Ich kann deinen Rucksack looten. Ah, nee. Ich kann dir keine Gegenstände geben. Cool. Okay, kacke, Alter. Alter, der Dude ist heftig. Das ist kein normales Bigfoot-Weibchen wie sonst. Boah. Der sah eher aus wie ein Gorilla oder so. Der war absolut böse. Wir brauchen irgendwie ein Code für den Safe. Nee, vielleicht finden wir irgendwo ein Camp oder sowas. Okay, wir brauchen noch Fallen. Glaubst du, wir können ihn mit Schnitzel locken? Stimmt, wir müssen mal... Soll ich mal hier... Ich lege mal eine aus hier. Ja, hier jetzt. Warum denn nicht? Ja, warum eine Kamera? Ich lege mal eine Kamera hin. So, aber der Falle ist da. Wo ist denn Fleisch? So. Fünf Fleisch. Wie kann ich Fleisch auswählen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe nur ein Fleisch. Ich habe auch nur ein Fleisch. Oder ich habe mehr Fleisch, aber ich kann es nicht auswählen. Kannst du es irgendwie auswählen? Da habe ich keine Batterie in meinem Nachtsicht. Warte, ich gucke. Mensch. Äh... Nee, kann ich auch nicht auswählen. Oder muss man da irgendwie direkt ran? Ah ja, guck mal hier. Halten um Fleisch. Zack. Also wo Gegenstände, die du so irgendwie als Interaktionsgegenstände verwenden kannst. Ah, wir können die nicht tarnen, die Falle, ne? Mussten wir die nicht auch tarnen? Ja, stimmt. Geht das nicht mehr? Keine Zweige? Das Drecksvieh jetzt wieder komplett geheilt? Nee, fehlt noch so ein kleiner Streifen, ne? Ja. Guck mal, die Falle siehst du die auch auf der Karte? Ja, Kamera siehst du auf jeden Fall. Warum rennen wir nachts durch irgendeinen Wald, wo John Coleman verschwunden ist? Ich dachte, wir könnten in der Hütte kampieren, aber es hat sich dann erledigt. Aber es wird hell, oder? Ja, ich glaube schon. Anscheinend sind die Nächte nicht mehr ganz so brutal. Warum rieche ich auf... Heilige Scheiße. Alter, warum riecht sie nach Suppe? Ich denke wie so nach Gemüsebrühe. Ich habe nur noch zwei Schüsse in der Pistole. Ich habe noch, ähm, 40. Da habe ich gar nichts. Für die R700 habe ich gar nichts für das Gewehr. Ich kann ja ein bisschen was zudealen, wenn wir nichts finden. Alter, alter, alter Junge. Wow, 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 wow. Er macht Mindgames mit uns. Er versucht uns zu Mindgamen. Was ist das? John Coleman, eine klare Botschaft. Verpisst euch aus meinem Wald, steht hier. Alter, aber die Glühbirnchen sind geil. Guck mal, da hinten ist ein Durchgang irgendwie. Lass mal da hin. Denn wenn ich eins gelernt habe, Bigfoot tummelt sich gerne bei Brücken. Guck mal hier. Firewatch waren wir. Tall Trees Grove Village können wir. In einem Village... Vielleicht gibt es, in dem Village gibt es vielleicht Munition oder so. Oder Menschen, die jetzt helfen. Wer hat denn das hier in den Baum gesägt? Bigfoot irgendwie jetzt Kettensägenschein gemacht. Oder hat er durchgeprügelt? Einem Faustschlag. Alter, das sind aber riesige Bäume, ne? Richtige Mammutbäume. Mammutbäume. Unten in den alten Red Oaks. Oh, guck mal hier, Pilz. Kannst du die snacken? Ne, leider nicht. Ne, eben gerade hätte ich schwören können, irgendwas rennt hier rum. Kann man stehen? Verfolgt der uns? Stalkt der uns? Glaubst du, die Falle wird zuschlagen? Der kam ja richtig schnell angewetzt, ne? Und wir waren da in seiner Liebeshütte. Ich glaube, wir haben sein Klo irgendwie missbraucht. Könnte sein, dass wir vielleicht... Also deswegen hat es da auch so komisch gerochen. Ich meine, jeder geht gerne ordentlich auf den Pott, oder? Oh, 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 Alter, der hat richtig Leben verloren. Ich glaube, er ist in die Falle getreten. Ja. Auf dem Tablet kannst du mich sehen? Welches Tablet? Du hast doch ein Tablet oder sowas gefunden oder nicht? Ne, das habe ich nicht mitgenommen. Ah, Mist, weil hier, guck mal, über der Karte und im Rucksack ist ein Symbol für Tablet. Wir hätten jetzt, glaube ich, gucken können. Shit. Ui, 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 ui. Da hat er sich aber einen Finger abgetrennt. Der Fluss hier. Ah, guck mal, er hat schwarz, grau und rot HP quasi. Ah, also wenn schwarz ist, kann er sich wieder heilen. Guck mal, der Fluss hier führt dir nicht direkt in den Lake Schlabber die Nudel? Und nach Basel? Wow, 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 wow. Ja. Das ist unten, wir gehen jetzt hoch zum Basel. Das ist ein Spring hier, oder? Das ist der Basel, das ist ein Spring. Führt runter zum Schlabber die Nudel. In den Sakomadixern Mountains. Ja, zum Sea Salt Sakomadixern. Sea Salty Dick. Unten am Sea Salty Dick. Am Sea Salty Dick, ja? Was denn diese Toten kaputt sind? Was hast du gesehen? Bestören? Oh. Alter. Dann reinschnitzen. Oh, 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 wenn den... Ja, siehste? Oh, 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 das ist wütend gemacht. Alter. Und hinten ist ein Schießstand. Pfeil und Bogen. Aber ich will keine Munition verschwenden. Das ist eine Hütte. Das ist eine Hütte. Geh mal erstmal hier hin. Guck mal hier, legen Sachen rum. Das hier fallen Bogen, kann man die mitnehmen? Nee, leider nicht. Die Bibel liegt ja auch rum. Guck mal, da ist ein Zettel. 5, 8, 9, 2. Echt? Oh, das merkt ihr das mal, ja. Oh, 5, 8... Das könnte für den Code in der Hütte... Ja, deswegen. Das ist definitiv sowas. Oh, guck mal, hier ist Anti-Bigfoot-Spray. 5, 8, 9, 2. Guck mal, hier ist so ein Center Park. Plötzlich Center Park. Bei den Wichteln im Dorf. Oh, hier, eine Signalfackel ist hier noch drin. Okay. Hier ist nochmal Munition. 9 Millimeter ist für dich, ne? Hier ist ein Safe. 5, 8, 9, 2. Oi! Alter, nimm mit! AVM, Junge. Guck mal, hier ist 9 Millimeter. Die brauchst du doch, oder? 9 Millimeter ist für die Pistole. Warte mal, ich hab was gehört. Die Vorhänge lieber zu. Geht gerne eine Shotgun. Alter! RIP! Guck mal, kommt die rein? Ich weiß es nicht. Guck mal hier, ne Bigfoot-Doku. Ne authentische Bigfoot-Doku. Oh ja, da ist er, der Mann im Wald. Ah. Ah. Hab' mir viel gelernt, über diesen kleinen Streifen, über Bigfoot. Große Foot nannte man ihn damals. Die Indianer nannten ihn Große Foot. Greatfoot. Greatfoot. Oma Greatfoot. Guck mal hier in den Van? Ne. Alter, was steht denn da drauf? Hopeless. Keine Hoffnung. Free Candy. Keine Hoffnung. Free Candy, ja. Hast du deine Sommer verbracht, ne? Ey, es gibt sogar 5-5-6er Munition. Gitarre spielen. Alter. Ey, man kann nicht schubladen. Guck mal hier, ne Bibel. Da ist ne Nachtsichtkamera drin. Hab' ich schon eine. Aber 5-5-6er Munition. Wau mal, du hast doch ne Signalpatrone, ne? Ja. Patrone, äh, Waffe. Ja. Gib dir mal hier. Und wo hab' ich die jetzt? Hier. Eben. Ah. Was jetzt? Ja. Oh, der hat sich geheilt. Da hat sich ein Tier gerissen. Da hat sich irgendwo ne alte Oma gerissen. Ne Oma. Guck mal, hier ein Baseballschläger liegt ja auch. Hast du den gesehen? Hab' den verwenden? Oh, geil. Knoppeln. Ah, ein Knoppel. Kannst'n Knoppeln. Wie ist schon Bigfoot Knoppeln, ne? Auch schon Bigfoot Knoppeln gewesen. Aber was mach' ich mit dem Baseballschläger? Bigfoot Knoppeln. Aber kann ich nicht ausrüsten? Oh, hier hat sich einer verbarrikadiert. Jetzt wahrscheinlich, nein, du musst auf Messer gehen, wo das Messer ist wahrscheinlich, Nahkampfwaffe und dann mit dem Mausrat scrollen. Ah. Das hab' ich nämlich gerade auch rausgefunden. Pistole ist dann quasi so. Da hab' ich nen Honkball-Knoppel. Wenn er kommt, kann ich ihm voll auf die Braise geben. Na, Toiletten ist so dein Ding. Irgendwas drin, da ein Loot? Ich hab' nichts gesehen. Ich weiß, was gut wäre, Essen. Wieso? Heilung. Alter, hier ist ein Hackmesser. Komm mal mit. Schrotz-Link-Sein. Ich hab' gern die Shotgun. Ja, ich hab' gern die Shotgun. Damit würde ich ihm ordentlich Beine machen. Wow! Was denn? Das war' ich nicht. Hier ging auf einmal ein Telefon los. Hast du nicht gehört? Nee, bei mir gar kein Telefon. Leck mich am Arsch. Bei mir ging's auf einmal... Treibstoff hab' ich hier. Guck mal, ist noch ein Gewehr. Weiß nicht, ob du's mitnehmen kannst. Wenn ja, nimm's mal mit. Was war das? Der Honkball. Irgendwas ist kaputt gegangen. Also Munition hab' ich genug. Wenn er kommt... R700 hab' ich aber schon, das Gewehr. Also das hast du schon, okay. Warte mal, hier ist doch ein Generator. Kann man den irgendwie... Ritt oder sowas? Hat er was gehört? Hat er gehört? Nacht Nummer zwei beginnt. Sollen wir hierbleiben und uns verschanzen? In der Hütte? Wär vielleicht gar nicht schlecht, oder? Aber dann sollten wir Bärenfallen irgendwie davor setzen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Guck mal, hier sind Bretter davor. Das ist eine gut gesicherte Hütte. Die hier, wo ich gerade drin bin. Mach' mal auch vors Fenster. Weil er versucht ja irgendwie immer durchs Fenster zu griebschen. Noch Fleisch? Vielleicht kannst du ja anlocken. Mit einem schönen, saftigen Kott. Ich hab' auch noch ne Falle hingelegt. Vorsicht, ne? Ah, ich seh's. Ah gut, die kann man jetzt so sehen durch den... Aber weißt du, was richtig mies ist? Was denn? Die Folge ist vorbei. Aber er kommt! Okay, Freunde. Können wir Bigfoot zurückschlagen? Ja, in der nächsten Folge werden wir es erfahren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss! Tschüss! Wiedersehen!